Ich würde sagen, ich besuchte dich mal auf Kaffee und Co. Ich trinke keinen Kaffee, aber den Kuchen nehme ich trotzdem gerne mit. Immer noch am Hacken hier. Es sind hier richtige Hardcore Gangster. Und dass manche Spiele einfach nicht hacken, sondern einfach nur dumm sind, ist hier ein bisschen witzig. Einen Flauschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und in dem heutigen Video. Mir fällt gerade auf, warum habe ich meinen alten Skin noch drin? All dieser Server ist gerade so komisch, aber guckt mal, wer hier online ist. Teddybears. Bester Typ hier. Ich verstehe trotzdem nicht, warum der Server mein Skin nicht updatet. Dann spielen wir heute nochmal mit meinem alten Skin. Wir sind heute wieder auf dem rumänischen Server unterwegs. So, heute spielen wir Bad Wars. Ich kann immer noch kein rumänisch, ist aber auch halb zu wild, denn wir können hier... Ach ja, die Map kennen. Ich weiß gar nicht, ob die Maps hier irgendwie von Hypixel oder so geklaut ist. Auf Hypixel spiele ich hier nicht. Äh, was? Hier hackt jemand? Das wäre ja ziemlich mehr oder weniger witzig. Ja, geil. Blau ist ja... Hat verlassen. Beste. So, ich bin der Meinung, wir sollten uns mal Freunde schaffen. Bist du nicht auch der Meinung? Mein floschiges Bärchen anscheinend nicht, aber ich hoffe, wir werden gute Freunde. Ich würde sagen, ich besuche dich mal auf Kaffee und... Ich trinke eh keinen Kaffee, aber den Kuchen nehme ich trotzdem gerne mit. So, dann haben wir hier noch ein schönes Andenken an dich. Und dann machen wir dies. Und dann nehmen wir das noch mit so. Hoppala. Ach, hast du mich gerade hier erschrocken, also. Ob wir jetzt runterspringen oder wir machen Trick 17. Das war knapp, aber... Easy, boy. Immer noch am Hacken hier. Es sind hier richtige Hardcore-Gangster. In der Tat. Ich bin der Meinung, wir sollten uns mehr Freunde beschaffen. Na, da ist ja auch schon einer. Na, 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 na. Willst du ein Leckerli? Ja, du willst ein Leckerli. Ja, du willst ein Leckerli. Stop it. Geh zum Help. Junge, ich glaube, der hat das Spiel nicht so ganz gecheckt. Und ich bin schlau. Ja, ich weiß. Jetzt fragen sich natürlich manche... Hm... Was ist denn an diesem Server selbst gemacht? Und nicht von Hypixel unbedingt geklaut und abgeguckt? Ja, das wüsste ich auch gerne. Man, hätte ich auch wissen können. Abgesehen davon, dass es hier viel mehr Hacker gibt. Er hackt! Er hackt! Er hackt die Scheiße! Und dass manche Spiele einfach nicht hacken, sondern einfach nur dumm sind. Ja, Freunde! Ist hier ein bisschen witzig. Ich habe... Ja... Hallo, hallo, hallo! Komm doch her! Und gefühlt hat hier niemand einen Skin drin. Das sind alles so Crack-Accounts, könnte ich mir gut vorstellen. Dass ein Crack-Server ist und kein Premium-Server, würde ich denen das alle zutrauen, weil die keinen Bock haben, für Minecraft Geld auszugeben. Das gibt eine Anzeige. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, ob... Ach, ne, Grün ist ja schon tot. Na, egal, bei seiner... Sag ich doch, die Spieler haben sie hier nicht mehr alle. Ich bin dumm wie Brot! Was war seine Mission da oben? Wahrscheinlich wollte er eine Kirche bauen, weil umso höher er dann bei Gott ist. Na, na, ah, der eckt ja wirklich. Ah, der hat, glaube ich, kein Knockback. Hallo, ich muss... Das kann ich erklären. Aber was soll man schon bei Dwar-Daw schon bitte am Namen merken? Also, ich bitte euch. Warum versuche ich den eigentlich noch mit einem Knockback-Stick runterzuhauen? Hm. Na komm her, na komm her. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Was bist du denn für eine Pfeife? Jetzt komm her. Bin ich hier bei Grau? Ich weiß gar nicht, in welchem Team ich bin, aber egal. Ah, bei dir bin ich. Na, geh mal weg. Dankeschön. Ich glaube, ich stehe hier nicht so ganz praktisch. Was mache ich hier eigentlich? Ah, ich habe doch... Ah, verschwinde! Einfach Köfte-Spieß, weißt du? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich garantiert über eine positive Bewertung schrei... Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten geht's wie immer montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr auf meinem Kanal weiter. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute! Bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.